Ah, jetzt sind die Profis da. Willkommen in der Werkstatt Junges Wien. Dann machen wir uns an die Arbeit. Macht jetzt mit bei den Workshops und helft dabei, das Wien der Zukunft zu gestalten. Wir brauchen einfach neue Ideen für Wien, Veränderungen und was man besser machen kann. Sophie, was brauchen junge Mädels wie du für die Stadt? Eben, dass Autos nicht die Umwelt verschwinden. Kannst du mir das jetzt noch einmal erklären? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Genau eure Sicht und eure Ideen sind jetzt gefragt. Jetzt kenne ich mich aus. An sich finde ich, ist Wien ja schon eine voll super Stadt, aber so ein paar Ideen hätte ich da schon noch. Wir versuchen wirklich sehr viel für euch Kinder zu machen. Deswegen gibt es jetzt unsere Werkstatt Workshops für eure Wünsche. Ich als Wien sehe die Stadt einfach ganz anders. Dann wäre es auch super, wenn die Schulen grundsätzlich modernisiert werden. Jugendlicheren Stil und nicht diese ganzen alten Sachen, wie wir Farbe reinbringen. Seid dabei und bringt euch ein, damit Wien für euch passt. Das wär's der Anfang. Wir freuen uns auf deine Wünsche für das Wien der Zukunft. Eigentlich braucheSO Everyone Gentlemen Untertitelung des ZDF, 2020